Sie sehen hinter uns unsere Zero Dimension Badewanne, eine Wanne, die zur völligen Entspannung beiträgt. Was wollen wir hier erreichen? Wir haben aus der Weltraumforschung, Sie wissen, Toto ist ein Technologieunternehmen, das sich mit den modernsten Technologien und Wissenschaften befasst und wir haben festgestellt, die totale Entspannung des menschlichen Körpers und des menschlichen Wesens entsteht dadurch, dass sich in einen Schwebezustand kommt, wie im Weltraum oder wie beim Tauchen. Und das erreichen wir in dieser Badewanne, den absoluten Wellnessgedanken. Sie legen sich in die Badewanne, Sie liegen wie in einem Liegestuhl, die Füße werden durch die Düsen leicht angehoben, der Körper wird leicht angehoben, im Nacken spüren Sie einen Kaskade-Wasserstrahl, der Ihre Schultern benetzt, bewärmt und dann anschließend erhalten Sie den Entspannungszustand, den Sie haben möchten, um in die absolute Relaxbereitschaft zu kommen. Wenn Sie sich diesem Pool nähern, haben Sie das Gefühl, Sie besteigen ein Raumschiff, da allein durch den Lichtkranz, der am Fußboden entlangläuft, Ihnen ein Gefühl gegeben wird, dass diese Wanne schwebt. Und genau das wollen wir erreichen, den absoluten Schwebezustand. Wanne schwebt. Und das wollen wir sehen, dass diese Wanne schwebt. Und das wollen wir sehen, dass diese Wanne schwebt. Wanne schwebt. Und das wollen wir sehen, dass diese Wanne schwebt. Und das wollen wir sehen, dass diese Wanne schwebt.